Beweise im Cum-Ex-Skandal wieder aufgetaucht In einem unerwarteten Wendepunkt im Cum-Ex-Skandal sind die zuvor verschwundenen Laptops, die möglicherweise 700.000 kritische E-Mails enthielten, plötzlich wieder aufgetaucht. Diese Entwicklung sorgt für frischen Diskussionsstoff hinsichtlich der Sicherheit und Handhabung sensibler Beweismittel. Die Laptops, die wichtige Informationen zu einem der größten Finanzskandale Deutschlands enthalten könnten, waren aus einem Tresor verschwunden und haben ihre Wiederentdeckung der Kölner Staatsanwaltschaft zu verdanken, die hoffentlich Sicherheitskopien der Daten erstellt hat. Die genauen Umstände des Verschwindens und der Rückkehr der Laptops werfen Fragen auf, insbesondere im Hinblick auf die Integrität der darauf gespeicherten Daten. Es besteht die Sorge, dass Daten manipuliert oder gelöscht worden sein könnten. Dies hat zu Spekulationen über die Rolle des SPD-Mannes geführt, dem der Zugang zu den Laptops entzogen worden war und zu bedenken über mögliche Vertuschungsversuche im Zusammenhang mit dem Cum-Ex-Skandal. Kritiker fordern eine lückenlose Aufklärung, auch in Bezug auf die Rolle von Bundeskanzler Scholz und etwaige Verbindungen zum Skandal. Alice Weidel von der AfD verweist darauf, dass die Laptops in dem Schrank eines von der SPD berufenen Ermittlers gefunden wurden und betont die Notwendigkeit einer umfassenden Untersuchung. Das gesamte Szenario zeichnet ein trübes Bild der politischen Handhabung der Beweise und stellt die Neutralität des Untersuchungsausschusses in Frage, der von SPD-Mitgliedern mitgeleitet wird. Ebenso wird die Effektivität der Opposition kritisiert, die nun befürchtet, dass die E-Mails kopiert oder eingesehen worden sein könnten. Insgesamt zeigt sich in diesem aktuellen Geschehen ein erschütterndes Beispiel für das, was viele als Missmanagement und mögliche Korruption in den höchsten politischen Ebenen ansehen. Die Öffentlichkeit wartet nun auf Antworten und darauf, ob die Vorgänge um die verschwundenen Laptops im Rahmen des Cum-Ex-Skandals ordnungsgemäß aufgeklärt werden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017